Betrifft Geschichte Es war natürlich eine unglaubliche Spannung. Das Studio, das der aktuelle Dienst damals hatte, war im Erdgeschoss des Funkhauses auf den Teresiano-Park gerichtet. Die Sonne hat hingebrannt, 12. Juli. Es war ganz heiß, ein sehr, sehr heißer Sommertag. Alles, was nur irgendwie am Funkhaus Zeit hatte, hat sich hineingezwängt in den Regieraum. Und wir haben also mitgefiebert, wie diese Rakete gestartet ist. Und wir haben natürlich noch mehr gefiebert bei der Landung. Wo man ja nur auf das Akustische angewiesen war. Wir hatten natürlich schon einen Fernsehapparat im Studio, um die Sachen zu sehen, die im Fernsehen übertragen worden sind, wie den Start natürlich. Aber bei der Landung, das war eben ein reines Radioereignis. Armstrong steht noch auf dem Teller des Landebeins. Wir warten auf ein Wort von ihm. Und jetzt steigt er hinunter. Jetzt setzt er seinen Fuß. Aber die Mondlandung, die Landung als solche, ist natürlich ein reiner Radioevent gewesen. Denn auf dem Mond bekanntermaßen konnte ja keine Kamera stehen, die gefilmt hätte oder Video gemacht hätte von der Landung des Raumschiffs auf dem Mond. Und die einzige andere Möglichkeit war die Voice of America, die direkt übertragen hat, live übertragen hat, stundenlang übertragen hat. Der große Nachteil davon war, dass die Voice of America über Kurzwelle gesendet hat. Das heißt also, das war kein guter Empfang. Es war immer davon abhängig, wie die Qualität auf Kurzwelle ist. Man musste sich wirklich sehr genau vorbereiten, damit man von einzelnen Wortfetzen oder Satzfetzen heraus schließen konnte, hat sich das, was jetzt vorgesehen war, wirklich ereignet oder nicht. Und da war es zum Beispiel so, die berühmten Worte von Neil Armstrong, bevor er runtergestiegen ist, bei der Mondlandefähre, It's a small step for man, a giant leap for mankind. Das kam verstümmelt vom Mond schon. Die Voice of America hat daraus gemacht, It's a small step for man, a giant leap for man. Krach! Sein linker Fuß steht auf dem Boden des Mondes. Der erste Mensch hat den Mond betreten. Neil Armstrong hat den Mond betreten und macht die ersten zögernden Bewegungen. Weg von der Mondlandefähre, noch im Bereich. Wir haben kurz gerätselt, aber wir haben brav übersetzt. Also ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für den Menschen. Also erst später wurde klar, durch die Nase aussehen und so weiter, dass es giant step for mankind geheißen hat. Es war soeben 19 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe gearbeitet in der Journalredaktion. Roland Machatschke. Das heißt, ich war heute zuständig für die Moderatoren, Moderatorinnen auch. Das war ja auch eine eigene Geschichte. Also gegen den großen Widerstand des Herrn Bacher haben wir durchgesetzt, dass eine Journalistin die Journalier moderieren durfte. Bis dahin durfte das nicht sein. Es hat zwar Nachrichtensprecherinnen gegeben, aber Journalmoderation. Und man kann sich das heute auch nicht mehr vorstellen, was es da an negativen Publikumsreaktionen gegeben haben. Die Kollegin war ausgezeichnet. Die Reaktionen waren, eine Frau und Nachrichten und sowas. Das geht nicht. Eine Frau geht nicht. Na gut. Mein damaliger Chef, der Helmut Bock, ist sehr dafür gewesen und hat auch ein bisschen bearbeitet, den Herrn Generalintendanten. Und so ist es einmal dazu gekommen, dass wir zum ersten Mal eine Kollegin einsetzen konnten. Das war die Ilse Vögel, die dann später geheiratet hat und Ilse Oberhofer heißt. Die Themen Abschluss der deutsch-französischen Konsultationen in Bonn. Übertritt eines britischen Leberabgeordneten ins liberale Lager. Dazu kommt noch aus dem Inland ein Beitrag zum Thema Wie sieht es mit der Sparfreudigkeit der Österreicher aus? 100 Jahre Radio in Österreich. Zwischen Monopol und Reform. Das war Teil 1 einer Reihe über das Radio in den 1970er Jahren bis 1994 mit dem Journalisten und ehemaligen Leiter der Hörfunkjournale Roland Machatschke. Gestaltung Katrin Schädler, Michael Lienzberger und Robert Weichinger.